Ich finde Weindesse viel geiler, muss ich hier stehen. Ach, man, man, man. – Ich würde mir das einfach zu sehen. – Ah, ich will mal. Untertitelung des ZDF für K impf. So, haben wir wieder ein bisschen was. Ich hoffe, der stübt daran. Oh nein. Mist, das bringt gerade irgendwie gar nichts. Explosier schneller! Ach komm, er ist gestorben. Ach man, ist das fies. Na gut, aber jetzt. Ich habe diesmal zu viele von denen gepflanzt, sodass ich für die Erdbeerbämmchen keine Sonne mehr hatte. Oh, schade. Okay. Weg mit euch. Sehr gut. So, ist das hier? So, ist es weg? Ihr seid auch gleich weg. Und eine neue Karte. So, geht der Böhmchen. Moment mal. Welch mit dir? Geil, du kommst doch da hinten. Und du hier. Geht's gut. Glück. Steines Glück war das gerade. Ja, wir haben ja hier ein bisschen was. Gut, das wolltest du aber jetzt nicht. Egal. Geil, du kommst doch mal. Check mit euch. Ha! Mit euch auch. So, du wirst neu gesetzt. Bis daher. Was eigentlich dumm war. So, die sind weg. Der explodiert gleich. Oder auch nicht. Mist. Nein. Das war der letzte Zombie. Der allerletzte. Können Erdbeerbämmchen eigentlich auch nach hinten schießen? Ich dachte eigentlich, das Erdbeerbämmchen würde bei dem jetzt explodieren. Aber nein, der fliegt einfach drüber. Und dann habe ich Spezialhörungen gemacht. Und er fällt runter. Und was macht er? Er frisst sich das Erdbeerbämmchen an. Er frisst die Sonnenblume an. Oh, wie fies ist das? Das ist so unglaublich fies. Oh, na, Moment mal. Das haben wir gleich. Ich sollte trotzdem schon mal ein paar setzen. Zurück mit dir. Zurück mit dir. Den muss ich mir aufheben. Okay. Jetzt müssen wir den auch gleich. Toll. Und jetzt kommen Fallschirme. Sehe ich gut. Pfff. 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 Weg mit euch. Ich bin erstmal erneuert. Hm. Ich mach nochmal nochmal einen solchen. Oh Mist, ich dachte da wär einer Das war jetzt nicht zwingend gut So, dann hier, du kriegst den ab Hier Da ist grad keiner mehr Weg So, aber jetzt geschafft Und wir haben jetzt sogar 800 Wir hätten jetzt noch zwei Eberwämpchen pflanzen können Oh man Aber ich hab nur die Reihe Eberwämpchen gepflanzt Und mich dann eigentlich nur noch in die Verteidigungspflanzen gekümmert Und das hat tatsächlich funktioniert Ah, hallo, was? Nur die Kanonlichte und die Jongleure Okay Weg mit dir Erfolg vollgeschaltet, cool Gut, was macht der jetzt? Weiß ich gar nicht Das macht er Gut, was macht der jetzt? Gut, was macht er? Das macht er doch noch in die Verteidigungspflanzen? Gut, was macht er? Schuss! Schuss! Ja, das wird jetzt langsam knapp. Was war da? Bitte was? Nein, die wollte gerade schießen! Weg! So! So! Da kommst du so weg! Hier! Hier! Du kriegst den ab! Hier! Und... Zack! Weg! Puh! Geschafft! Noch vier Spiele! Äh, 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 Schritt 4 meine ich, noch drei Spiele! So! Blumen und Schimmelpilze! Oha! Was bist du? Was bist du? Was bist du? Du kommst! Oh! Okay! Ja! 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 Nein, die war echt zu langsam! Ach komm! Ja! ich zu langsam reagiert weg damit ich will nicht zweimal klicken müssen so da setze ich die hin ihr kommt dahin ich hoffe es kann nun kommen dahin Nicht sehr gut. War jetzt auch nicht sehr gut. Gar nicht gut, ich bin irgendwie überfordert mit diesen Eisdingern da. Weg. Ich finde die irgendwie komisch. So, weg mit euch. So, weg mit euch. So, weg mit euch. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Liegt sehr gut. Oh man. Hier hat's noch. Oh. Okay, hier ist noch einer. Äh, war's das jetzt? Oh, es war... Das war's denn... Äh? Das war's tatsächlich endlich. Oh. Oh, da ist er gestorben. Uff. Das war schwer. Weiter. Das ist doğru. Das war's.